Ich lieb den Kleinen über alles, aber die Schreiere ist Horror. Ja, Glückwunsch, ne? Bald hast du auch kein Leben mehr. Also ich sag immer, du bist glücklich, wenn das Kind glücklich ist. Was war denn das für ein Metzger? Gibt's deinen Papa dazu? Fürs Kind schon. Also keine feste Beziehung? Ne, Beziehungen sind nicht so mein Ding. Als Mann wird man als Samenspender benutzt oder einfach nur als geiler Schwanz, der ein bisschen Spaß bringt. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? Mir wurde gesagt, das wäre keine Paartherapie hier. Wie wäre es, wenn du endlich mal deine fucking Midlife-Crisis in den Griff bekommst? Ich hab keine Krise. Steht's wohl nicht, ja? Ne, bisher auch keine Kur. Ich möchte meine Tochter mehr sehen. Wiesens, hast du ein Kind? Hättest du denn auch gerne eins? Ich und Lukas hätten gerne eins. Dürfte das? Als Mutter hat man ganz andere Prioritäten, wirklich.